Ich bin hier vom Lichtenthaler Park, wo heute der Parkfest ist und das ist für Kinder, aber dann später auch für Jugendliche und das ist jetzt für Kinder und da werden sie geschminkt und hier gibt es auch Luftburg, die Luftburg und Funny Boxing und Buffet und Cocktails werden da auch gemacht und ich glaube alle haben hier total viel Spaß. Ich heiße Cianita, ich heiße S.G. Und was macht ihr hier so? Also wir waren dort erstmal beim Boxen, das war echt cool. Was hat euch am meisten gefallen? Zum Beispiel die Steine machen. Und dir? Dort springen, das war echt cool. Wie heißt du? Loredana. Wie alt bist du? Neun. Und was hast du da schon gemacht? Gerade schminke ich mich und ich war schon bei der Hüpfburg. Du hast gerade bei Soft Tattoo machen. Wie fühlt sich das ungefähr an? Äh, kalt. Halb? Ja. Wie heißt du? Emina. Wie alt bist du? 16. Was hast du hier als mögliche gemacht? Tätowiert, also dieses Spray habe ich gemacht, geboxt. Und wie war das? Anstrengend, aber okay. Hast du Spaß gemacht? Ja, sehr. Sehr Spaß gemacht. Ist es schwer, Cocktails zu machen? Nein, das ist einfach. Ich finde das auch, naja, ein bisschen stressig. Anstrengend ein bisschen. Was ist dein Lieblingsgetränk? Cocktail, also. Kirschkuss. Meins ist Mojito. Und wie schmeckt das? Es schmeckt lecker. Meins schmeckt süß. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.